Tritratolala, ich glaube das ist sowieso nicht scharf. Aber grundsätzlich war das ja mal wieder eine ganz besondere. Never seen before. Also so eine Art von Wolkendecke hier, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich also auch so noch nicht gesehen. Das ist eine sehr gründliche Arbeit heute hier. Aber das ist überhaupt kein Wetter für einen Skywatcher. Also das ist, ich hatte jetzt schon den Fehler gemacht alternativ mal das heute schon mal zu watchen. Ach du Scheiße, da habe ich wieder zu tun. Aber hier mit Skywatch ist ja heute definitiv, das glaube ich vergessen war mal. Das ist das deutsche Thema. Ich mache eine Timelapse und dann werden wir ja sehen, ob ich gerecht hatte. Tschö, tschö.